Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute an, wie wir Smart Home über unsere Fritzbox steuern können, über unser Handy oder Alexa, wie eine Alexa am Start hat. Ich sage euch gleich mal, wie es funktioniert und passt gut auf. Hey Google, schalte die Steckdose an. Zack, Steckdose an, Licht brennt. Dasselbe geht auch für das Heizungstimmostat, nur das ist gerade leer. Die Batterie ist leer. Und dasselbe geht auch andersrum, also hey Google, schaltet die Steckdose aus. Und zieht es wieder aus. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, ich zeige euch genau, wie ihr alles einrichtet, mit Handy oder Alexa. Und ja, ich wünsche euch mega viel Spaß und bis gleich. Okay, dann schauen wir uns mal an, was wir dafür brauchen, um unsere WLAN Steckdose oder Thermostat von der Heizung über die Fritzbox, über Alexa oder Google, also Google Assistant steuern können. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal ein Gerät, das wir fernsteuern, in unserem Fall dieses Fritz WLAN Steckdose mit Deckt. Und genau, dann brauchen wir noch die Fritzbox, ein Handy oder ein Alexa, je nachdem. Und dann würde ich sagen, haben wir auch schon alles. Und wir werden dann diese Lampe hier fernsteuern, ausschalten. Genau, ansonsten würde ich sagen, let's go. Okay, dann öffnen wir als erstes mal unseren Webbrowser und öffnen die Fritzbox Oberfläche. Dafür einfach Fritz.box oben eingeben, dann kommt ihr hierhin, wo ich bin oder die IP-Adresse des Routers. Genau, dann euer Fritzbox Kennwort eingeben. Und zwar nicht das WLAN Passwort, sondern das Kennwort. Wenn ihr das nicht kennt, fragt die Eltern oder jemand, der es wisst. Hier einfach eingeben, einloggen und dann landen wir hier in der Übersicht im Normalfall. Wichtig ist für diesen Vorgang, dass unsere Fritzbox aus dem Internet erreichbar ist. Und das können wir hier machen, indem wir hier auf Internet klicken. My Fritz Konto. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann ist hier ein Assistant, wie ihr eure Fritzbox eben vom Internet erreichbar machen. Hier ist wichtig, dass wir dann diesen Code hier haben. Also eine Fritzbox Adresse, also eine Webseite, mit der wir die Fritzbox erreichen können. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr auf System klicken. Also System und dann Benutzer. Und da müssen wir uns einen Benutzer anlegen. Ich habe jetzt hier schon einen erstellt. Den lösche ich mal. Dann können wir das zusammen nochmal neu machen. Und ja, ich hoffe ihr seht alles. Ich sitze heute mal auf der anderen Seite. Normalerweise sitze ich immer da drüben, aber heute mal hier, damit man es besser sieht. Und ja, einfach hier auf Benutzer klicken. Benutzer hinzufügen klicken. Und dann geben wir hier Smart Home ein. Die E-Mail Adresse smart home at lhcybersec.de. Ist egal wie die heißt. Wir brauchen nur den Benutzernamen und das Passwort später. Die E-Mail muss nicht mal vorhanden sein. Also hier könnt ihr irgendwas eingeben. Wichtig ist das Add und den Punkt. Also das ist ähnlich ausschaut wie eine E-Mail Adresse. Dann das Passwort. Das machen wir jetzt hier mal ganz einfach. Smart Home 123. Ihr bitte nicht so machen. Weil es ist schon echt leicht zu knacken. Also wir sind ja auf dem IT-Sicherheitschannel. Also bitte passt da drauf auf. Gut. Dann müssen wir nur noch zwei Haken setzen. Und das Ganze war es schon. Also einmal der erste Haken ist Zugang aus dem Internet erlauben. Und der zweite ist Smart Home. Hier. Die. Ja gut. Dann war es das auch schon. Dann einfach nur auf übernehmen klicken. Und ihr habt euren Benutzer. Das dauert kurz. Der wird dann wieder auf der anderen Seite angezeigt. Was dauert das jetzt so lange? Okay. Ja hier haben wir ihn. Den Benutzer. Und das war es dann auch schon hier. Dann können wir uns wieder auslocken. Oder es einfach zu machen. Je nachdem wie es euch lieber ist. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auf einer anderen Seite weitermachen. Und die heißt. FB Smart Home Punkt Zeit. Alle Links kommen natürlich in die Beschreibung. Dann müsst ihr nicht lange suchen. Und spart euch Zeit. Gut. Dann landet er hier auf dieser Webseite. Und hier dann einfach auf Einstellungen klicken. Jetzt brauchen wir unseren Amazon Account. Das habe ich vorher nicht gesagt. Aber ich schreibe es nochmal ins Video rein. Dann wisst ihr es gleich von Anfang an. Wir brauchen einen Amazon Account. Damit das Ganze funktioniert. Das benötigt man eben halt auch für Google. Also Google oder Alexa. Ist egal. Wir brauchen trotzdem Amazon Account. Den benötigt man einfach immer. Weil dieses Plugin sonst nicht funktioniert. Dann locken wir uns ein mit unserem Amazon Account. Und ja. Wenn ihr das dann gemacht habt. Kann die App eben auf euren Amazon Account zugreifen. Und ja. Dann kann Alexa das eben halt darüber steuern. Oder diese ganze Webseite. Genau. Dann brauchen wir unseren MyFritz Link. Den ich euch ja vorher schon gezeigt habe. Den kopieren wir hier aus Internet. MyFritz Punkt Konto. Gut. Vielleicht hätten wir es vorher nicht zumachen können. Aber ihr wisst ja wie man hierher kommt. Einfach kopieren. Hier einfügen. Dann den Benutzernamen eingeben. Den wir vorher festgelegt haben. Und das Passwort. Smart Home 123. Alles schon bei mir gespeichert. Bei euch. Ihr müsst es selber eingeben. Und dann klicken wir auf Verbindung testen. Gut. Gut. Wenn hier dann Verbindung erfolgreich steht. Habt ihr alles richtig gemacht. Dann würde ich euch empfehlen. Hier nochmal die Daten zu speichern. Damit alles schön abgesichert ist. Und dann sehen wir auch schon die ganzen Smart Home Geräte. Also bei mir ist es einmal hier ein Temperatur Thermostat. Also für die Heizung. Und einmal die Fritz Steckdose. Die haben wir ja vorher schon gesehen. Genau. Die könnten wir jetzt hier nochmal sperren. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen die erreichbar haben. Hier wird auch angezeigt. Wenn das Gerät leer ist. Oder nicht erreichbar ist. Und ja. Das ist schon mal optimal. Hier auch dann nochmal Daten speichern. Wenn die Geräte hier bei euch nicht erscheinen. Dann heißt es. Ihr habt entweder keine Geräte. Oder ihr habt sie noch nicht konfiguriert. Konfigurieren könnt ihr die natürlich unter Smart Home Geräte Verwaltung. Und dann hier Gerät anmelden. Und so weiter. Genau. Wenn hier aber beide erscheinen. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Oder eure Geräte halt erscheinen. Dann ist das schon mal top. Und dann haben wir das hier am PC. Und an der Fritzbox schon erledigt. Und können jetzt mit Alexa und unserem Amazon Account schon sagen. Hey schalte die Steckdose an oder aus. Je nachdem. Oder stell 30 Grad ein. Was auch immer. Wir können das hier auch manuell einstellen. Genau. Und ja. Das war es hier an der Stelle schon. Ich zeige dir jetzt noch wie du das am Handy mit Google Assistant machst. Weil das finde ich praktischer. Ich habe keinen Alexa. Aber ja. Mit Alexa wäre es jetzt schon fertig. Ihr könnt jetzt einfach loslegen und sagen. Hey schalte meine Steckdose oder mein Thermostat. Wie schon gerade gesagt. Und ja. Beim Handy zeige ich dir das jetzt nochmal. Genau. Ja. So. Okay. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall mega viel Spaß mit deinem Handy oder Alexa Sprachsteuerung. Ich hoffe dir wie das Video hat dir geholfen. Du konntest was lernen. Ich habe dir Zeit gespart. Und wenn dir das Video gefallen hat. Freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Oder ein Abo. Oder beides und am besten noch die Glocke. Dann erfährst du immer coole Sachen über IT Sicherheit oder IT Tipps generell. Ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Machs gut und bis zum nächsten Video. Peace.